Man sieht halt nix, also das haben wir so ein bissel blöd gemacht, na ist egal, passt und raus hier, na komm schon, so jetzt schauen wir mal, dass wir hier reinkommen, weil ich habe jetzt gesehen, man kann auch auf der Seite hier rein, wir müssen jetzt was finden, einen Storeroom, einen Lagerraum, ui, die Sterne sind, ja, schön kopiert, auf jeden Stern ein Leben, das ganze Universum voller Leben, Leute, es ist natürlich ein bisschen doof, wenn es dunkel ist, ach, das wird mir sogar angezeigt, wo ich hin muss, na echt jetzt, ja, oben oder unten, Dankeschön, er ist halt dunkel, na, ach Gott, da kann man ja, da muss ich ja gar nix mehr machen, also Geld verdienen kann man hier, also normalerweise kann man hier sehr gut, das heißt, die Leute müssten doch hier eigentlich reich sein ohne Ende, es ist so dunkel hier, Leute, ich gehe jetzt hier mal raus, weil sonst sieht man ja nix, Aluminium, ich weiß nicht, ich soll eigentlich nur einen Storeroom finden, also ganz ehrlich, entweder man kann es nicht schlafen legen, oder man macht nicht dunkel, ist das der versteckte Storeroom, okay, 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 das ist sehr schön gemacht hier, Woodcraft, okay, kann man alles mitnehmen, super, sehr schön, mach doch mal die Tür auf, das ist ein bisschen, also es fällt mir nicht, dass das hier kein Licht ist, klar ist hier kein Licht, Control, find the way to the Storeroom, ah, 52 Meter, dann bin ich hier falsch, okay, das ist doch ganz gut, dass das angezeigt wird, ich bin eigentlich immer der Typ, der sagt, ich will das selber finden, ja, geh doch auf, du Tür, geh doch auf, was ist denn jetzt, kann ich ja nix mehr machen, jetzt komme ich ja nix mehr raus, oder was, ja, kann man halt mehr finden, okay, alles gut, ich will jetzt hier erstmal raus, das ist mir hier zu dunkel, Digga, es ist so dunkel hier, geh doch raus, geh doch raus, was ist denn hier im Weg, so komme ich hier denn nicht raus, was ist denn hier im Weg, na, mag es doch kaputt, das Zeug hier, also jetzt müsst ihr doch die Tür aufgehen hier, das ist das nicht alles auf ein Rad machen können, so, jetzt gehen wir mal hier raus, ah, jetzt wird es doch langsam wieder hell, so muss ich denn jetzt hin, bin ich denn schon fertig, find the way to the Storeroom, wo ist denn der Storeroom, jetzt ist doch gerade noch angezeigt worden, vor ein paar Minuten, sehr merkwürdig, ah, 51 Meter, 40 Meter, 20 Meter, 20 Meter, 20 Meter, das verstehe ich jetzt irgendwie nicht, okay, hier mal alles aufmachen, oh, hier ist es so unsicher, so, man kann es sein, dass das respawnt, wo ist das hier, hier steht, ich glaube, dass das unten ist, 40 Meter steht hier, 20, 20, 19, jetzt habe ich doch alles schon aufgenommen, aber jetzt wird es mir nicht mehr angezeigt, 22 Meter, ich glaube, das ist hier irgendwo hier oben, es ist so dunkel, also das ist leider nicht gut gemacht, Leute, entweder es ist hell oder es ist dunkel, Alter, was für eine Aussicht, boah, was für eine Aussicht, guckt euch das mal an, ja, 10 Meter, aha, sind wir hier doch irgendwie richtig, was ist das hier, ja, gibt da ein bisschen Öl, nehmen wir alles mit, es gibt halt auch ein bisschen mehr Geld, cool, das müssen wir mal schauen, hier soll was sein, aha, hier ist irgendwas, also es ist so richtig schön zum sammeln und so, Alkohol bringt 55, okay, langsam, langsam, nja, warum, wieso, na, was ist denn jetzt los, ja, komm, lass es, lass es, lass es, ich habe Bock, mir hier mal eine Dieterliche kaputt zu machen, okay, cool, so, jetzt habe ich das Problem, ich weiß nicht genau, was ich machen soll, Auto, Haus, passt, jetzt wird es gleich wieder dunkel, oder was, nein, es wird hell, okay, wow, wow, gut, ich komme ja leider nicht weiter, 58 Meter, 56 Meter Weil mittendrin, wenn man dann ganz nah dran ist, dann fällt diese Anzeige weg Hier 22 Meter, hier ist irgendwas 10 Meter Also hier soll ich was finden Aber ich weiß nicht was Öffne, finde den Weg Zum Store Raum Ein Store Raum, das ist normalerweise ein Naja, Lagerraum halt Oh mein Gott, jetzt ist das Inventory voll Oh Mann Hab mich verskillt, okay Jetzt muss ich den ganzen Weg zum Auto zurücklaufen Ja gut Dürfen wir mal die Sachen hier, so viel habe ich doch gar nicht Oh heilige Maria Monogonis Okay, also wir machen jetzt nur den Quest hier mal Also eigentlich könnte man hier richtig reich werden Richtig reich, Leute Das meine ich echt so Weil Ich habe jetzt schon 1300 Jetzt müssen wir gucken, hier ist irgendwo was versteckt Lass uns mal gucken, was das ist Alkohol gibt es hier sehr sehr viel Müssen aufpassen, dass es nicht dunkel wird, weil sonst sehen wir hier gar nichts mehr Acht Meter Okay Ja, aber hier komme ich ja nicht weg Ja, hier ist ja auch nichts Okay, es muss hier hinten sein Hier muss irgendwas sein Irgendein Lager Jetzt steht wieder 55 Meter hier Interessant Fragil, da sind Gläser drin Oh hart, das glaube ich nicht, dass die das hier liegen lassen Also ich weiß nicht, wie es weiter geht Es ist jetzt ein bisschen doof Ladies and Gentlemen Und wenn wir dann